Oh, da sind wir im Grand-Final-Chat. Was sagt ihr dazu, Chat? Sieht doch ziemlich gut aus, Chat. Komm mal hier, er auch. Einmal aufwärmen hier. Richtig ernst. Richtig ernst. Versucht Feuer zu machen. Ja! Richtig ernst. Du schaubst, ja, wir sind in der Grand-Final der SDR und Bayer, ja, und PS3. Grand-Final. Oh, guck mal, aber diesmal ist es direkt der Icke. Oh, das ist jetzt auch richtig belastend. Stimmt. Ja, dann ist das so, also, falls ihr es nicht wisst, SDN, der mit dem Smash-Logo auf dem Shirt, weiß halt die Buddha-Statue. Obwohl, sind beide gerade Buddha-Statuen. Ja, gerade Buddha, beide, 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 beide. Buddha-Bike. Oh! Direkt gespiked und dann nochmal schön nachgetreten. Der muss schon heftig sein mit Icke, also das Gefühl, jemand zu spiken, und dann ist es eigentlich so slow. Das ist so wie mit Snake, weißt der? Ja, also mit 5 Meter Spiken. Äh, Snakey. Ja. Oh, das war's. Oh, das war's. Ich war ja gespannt, wie viel Bock beißt ihn auf dieses Game jetzt hat, also auf dieses erste Game. Ich glaube, da kann man nicht nur so viel anrufen, äh, mh, 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 mh. Ja, ein bisschen mash, ein bisschen reinmash, ein bisschen ausprobieren. Ein bisschen versuchen, noch eine Twitter-Combo zu kriegen vielleicht. Ja, er muss halt jetzt wirklich Ultrahirn aktivieren. Ultrahirn! Und! Oh, okay. Ja, das ist so ein bisschen auch das Ding. Gegen die Attacke muss er ankommen. Ja, wenn die Dose dann nirgends wo ist, dann... Okay. Uh, er geht ganz slow. Und tot. Nein, nein. Nicht beißen, sondern bis die End. Was? 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 1-0. Ja, kurz was gucken. Stimmt das so? Na los. Ja, okay. Ah, Digga. Jetzt ernst. Du sagst es. Jetzt ernst. Jetzt ernst hier. Ernst. Nein. Ernst. Vielen Dank. Na, nicht mal so heftig. Ich muss hoffen. Nein. Nein. Die sind nicht gut. Milchwürze sind hart. Zum Glück kein Geruch. Oh, das war's. Oh. Oh! Ohhhh. Holejumpe. Ja. Was heißt, ALANA. Maxa Pukunalgo. Ja, ist so. Alle Maxa. Noch mal guten Übersetzer. Benz. Aufs Übelste fertig machen im Gamework. Also aufs Übelste. Geruchs-Internet gibt's zum Glück noch nicht. Das ist schon dunkelgelbe Ampel-Dunkel. Schon dunkelgelbe. Vollig, meine Herren. Die Busfahrze. Busfahrze. Legendär. Bus oder Bahn? Oh nein. Ich geh irgendwo anders hin. Nee, alles voll heute. Aber Busfahrze war heftig. Da war Kai auch auf jeden Fall. War auf jeden Fall auch dabei. So frech. Keine Sorgen, ich komm nächstes Mal zu dir. Wie ist der ne Bock? Oh. Oh. Es lässt halt einfach kein Kill zu, ne? Ist halt einfach so. Oh. Oh. 78. So. 4%. Er muss die Dose irgendwann mal treffen. Schauen wir mal einen Gun nehmen. Oh. Immer noch nicht. 93. Oh. Oh mein Gott. Es ist doch kein Kill in Sicht so, ne? Bittere Lage. Ah. Putz macht mir ein Spiel. Vielleicht vorher noch vollkommen Rot. Äh. Versteh ich jetzt nicht so ganz. Vollkommen Rot. Oh Gott. Verwohlt verborgen. Ja wirklich? Das ist ein Eiweiß. Aber dann machst du wohl verborgen. Ich dachte einfach Zucker. Ganz viel Zucker. Das war so heftig. Auf allem stand der Kackbrust einfach fünf Minuten auf einer Stelle. Genauso wie beißt du gerade mit Duckhand. Und so ist es auch weggeflogen wie die Leute im Kuss. Schwierig. 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 Schwierig gerade für Duckhand irgendwie den Stock zu holen. Ist doch so fies. Schnell mit Eiweiß. Uh. Drag down. Ach. Ja. Näher rein. Ich glaube der einzige Weg mit dem ich ihn gewinnen sehe ist, dass er irgendwie diese ganzen F-Smash an der Ledge bekommt. Wenn da sich Side-B und D-Api mit dem F-Smash catchen könnte. Ja. Oh. SD. So natürlich auch. Bisschen zu schnell gewesen. Schnell offstage sagt er. Oh. 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 vahere. Beide wieder sehr patient hier unterwegs. Beide wieder sehr patient hier unterwegs. Wir wissen bzw. das Kame is not cheap. Das Kame is not cheap. Das Kame is not cheap. Oh nein. Hinnlose Side-B. Aber ich glaube da sollte ein Gun mit draus . Der Kame hat hier einfach nicht voll. Ja. 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 Hier. Ja, 2-0. Das sieht nach einem kurzen Grand Final aus. SDN sagt, lass uns mal on time sein. 1821 jetzt gerade. Oha, so ultra on time. Ultra on time, alle. Musst ihr euch markieren im Kalender. Ja, macht mal. 23.11. könnt ihr euch auch übrigens kommen. Markieren im Kalender. Nur Opfer gehen hoch, ohne nichts zu machen. Das kann man schon mal machen, aber nicht in der Situation. Auf gar keinen Fall. Ich bin noch ganz weit vorne. Das ist wie gesaved ist, aber das war... Oho. Damage. Ja, wie ist Muford, wenn ich trinkt. Hier kommt Tony Damager. Was ist denn mit Hänge da? Was ist denn mit Hänge da? Was ist denn mit Hänge da? Ohohohohoho. Ohohohoho. Ja, wir sehen ja SDN jetzt das erste Mal, also gegen Beißel, sehen wir ihn Hike spielen. Davor hat er ja nur gewählt, wie wir ihn gespielt haben. Ohohohoho, tschüss. Wow, nice catch. Nice catch. Und der ist gerade nochmal ein anderes Level einfach. Ich dachte, dass er eigentlich auch eine gute Chance hat gegen den Ike, wenn er gegen den Ninja gewinnt. Ohohoho. Aber gerade sieht schwierig aus. Oh. Er bekommt halt einfach die Kills nicht, ne? Das ist so das Hauptproblem. Ja. Hm. Yes. Was ist denn hier mit so einer... Crispy und Abwehr? Ne, sowas braucht er gar nicht versuchen. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Geht gar nicht. Und wieder auf hundertviesig Prozent. Was? Ne, kein Mario Golf. Oh, 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 oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das ist natürlich bitter. Eine bittere Pille. Okay. Einmal Mario Golf. Na, klappt doch endlich mal. Nach drei Stocks kann man ja auch mal killen, ne? Mit 200 Prozent. So. Oh, nein. Oh, nein. Das hat nicht geklappt. Vielleicht kommt ja noch eine Tour der Combo. Dann ist alles wieder drin. Eine Tour der Combo? Ja. Kann ich mir schon vorstellen. Aber SDNs Movement ist ziemlich crazy. Ja. SDN ist einfach... Oh. 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 Fliegt auch nach unten. Oh. Und tschüss. Warum ist das so ultra delayed? Wegen Gunman vielleicht. Ja, wegen Gunman. Wegen Gunman, ja. Auf geht's, Rahmen essen. Ja. Ist gut gesagt. Ja. Gut gesagt, genau. 3 zu 0 für SDN. Somit gewinnte NEZ 27. Fanzig. Schön gespielt. wie immer.